Wir sind hier in der Städtischen Sing- und Musikschule in Zörndorf, eine der vier Musikschulen, die im Landkreis Fürth sich befinden. Alle Musikschulen bieten Unterricht auf allen Instrumenten zu sozialverträglichen Preisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Der Landkreis Fürth hat ein sehr vielfältiges Kulturangebot für Jung und Alt. Es gibt sehr viele große Konzerte. Wir haben eine Menge an tollen Theaterstücken, Kleinkunstbühnen, große Events und sind damit auch weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Auch die bildende Kunst spielt eine große Rolle. Etliche Künstlerinnen und Künstler leben hier. Einige Institutionen bieten auch Weiterbildung an, zum Beispiel in den Schulen oder auch in der Akademie in Stein. Kunst, Kultur und Kreativität sind wichtige Eckpfeiler des menschlichen Miteinanders. Das wollen wir besonders pflegen und das tun wir hier im Landkreis mit großer Leidenschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017